Dann pass auf, dann machen wir das so. Sag ich Songzeug? Dann mache ich gleich Werbung für dich. Werberst du? Gerne. Und jetzt könntest du mir ein paar Worte sagen, wie es bei dir funktioniert. Bei dir kann man gereimte Songzeilen bestellen. Genau, also es ist so, Leute können mich beauftragen, Songzeilen über sich oder eine Person ihrer Wahl geschrieben zu bekommen. Und ich helfe damit oft Leuten, Gefühle für andere Leute, die sie vielleicht selbst nicht ausdrücken können, auszudrücken. Und ich mache das schon seit vielen Jahren. Und die Leute freuen sich immer drüber, weil es ist jedes Mal individuell auf die Person zugeschnitten. Und jeder findet sich darin wieder und jeder freut sich, wenn einem Zeilen gewidmet wäre. Sehr cool. Vielen Dank. Bitte Leute, bestätts fleißig die Reime beim... Marco Yolo. Beim Marco Yolo, genau. Beim... Marco Yolo. Bitte Leute, lasst reimen. Baba, viel Glück, alles Gute. Ebenfalls, ich sage noch. Gute Idee. Danke schön. Danke schön.